hallo und herzlich willkommen zum singst du spiel herz und da draußen ist es dunkel kommt in die helle stube doch genau damit ja erst mal okay oh ich hab schon lange nicht mehr gespielt stimmt erstmal war ein Donnerstag für mich gewesen trailer angesehen nein brauchen wir nicht wir spielen weiter unser solo abenteuer und da ist die neue Instrumente schau wir mal dieses fest wird in die geschichte eingehen erst noch okay aber so weit sind wir ja noch gar nicht wir machen jetzt erstmal nee das haben wir schon fertig schwarzfeld sind wir so das sind wir schwarzfeld mein inneres sanktum wird von dem mächtigsten aller verteidigungssysteme beschützt okay mit denen haben wir letztens gut gespielt gehabt kann ich da nicht mal eine quest auch fertig machen ich glaube nicht mal schön nachschauen was für quest habe ich truide schurke jäger magier ach bliebige klasse wäre dann wieso egal mhm solo abenteuer mhm ich glaube wir waren der priester war glaube ich nicht so gut ach wie war der priester heilen ist immer gut dann erstmal schauen was für eine fähigkeit hat unser gegner anduin gegen das omnotron verteidigungssystem einbringlinge entdecken das licht wird den sieg bringen der weg die können wir jetzt am anfang auch gar nicht gebrauchen naja den eigentlich auch nicht primäres verteidigungssystem aktiviert ok was heißt das hm keine ahnung ich repariere alles ich repariere alles hehehe noch klingel ist lustig Arcanotron Einheit aktiviert Sequenz abgeschlossen wir haben uns wir haben uns mhm oi umleitung überschüssiger energie von b gas wird abgelassen in halbaisen ich würde ihn vielleicht mal benutzen ja ist jemand verletzt aktiviere den mentalkontroller tc 130 gas wird abgelassen der ist bestimmt jetzt auch elektron einheit aktiviert das macht der schönes also wir kosten 3 weniger da war ja auch schon eine passende karte für übernimmt die kontrolle die ist ja noch besser die wahrheit ist mein schiff das sieht ja schon mal sehr gut aus ich denke auch gleich vernichten ich kämpfe die gerechtigkeit vertreibungseinheit online hat unser held verlor ich möchte ihn ausspielen vertreibungseinheit online hat eine menge reparaturkosten erspart dach gut muss ich wohl das glas mit der aufschrift inkompetente lakaien erwischt haben das licht wird den sieg bringen den brauchen wir nicht was hat der für eine fähigkeit was hat der für eine fähigkeit was hat der für eine fähigkeit nicht zu verlieren ei 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 meine fehlschläge sind euer ton der für eine fähigkeit ist der für eine fähigkeit Das war's. Ja, da muss ich sagen, was war das hier, was? Oder... ja. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Meine Echoes sind ewig. Mier ist schlecht! Hey! Das war nicht fair! Wird bei den Haufen gedreht? Ich wandle in den Haufen! Ich wandle in den Haufen! Ach komm! Das war nicht fair! Das war's! Oh! Dann werden wir jetzt erst mal... Ach, die hat nicht viel gebracht, aber... Zeit für ein bisschen Blutverdienst! Oh! Ich werde es ihnen allen zeigen! Ich werde es ihnen allen zeigen! Wann mach ich das jetzt ganz einfach? Nein, mach mal nicht so. Wer seid ihr? Keine Feinkarte. Das war's. So. Schmeiß mal die raus. Füllt an die da zwei bis vier Schaden zu beschwört pro zu füßen Schaden ein Richter. Wer seid ihr? Okay, der steht neben mir her. Brauchen wir nicht. Bei der Macht von Ragnaros! Ich habe die Kraft! Das war's. 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 Stimmt, passt ja gar nicht. Ah! Warte mal. Können wir mit dem? Schutt kaputt machen. Wir greifen mal an. Oder auch nicht. Ein neues Rezept. Die Gerechtigkeit wird sie. Wer seid ihr? Die Gerechtigkeit wird sie. Wer seid ihr? Stimmt! 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 Ich würde nur sagen, ich habe gewonnen! Stimmt! So. Das war's denn für heute. Schön. So. Das war's denn für heute. Ich hoffe, euch haben die zwei rumgefallen. Ich würde mich freuen, wenn man beim nächsten Mal wieder sein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.